Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wunschgetreu. Worum es in unserem heutigen Do-It-Yourself-Video geht, siehst du hier. Nun wünschen wir dir viel Spaß beim Nachfalten und denk daran, wenn es dir zu schnell geht, nutze die Pause-Taste. Hier ein kleiner Hinweis. Auf geht's. Achtung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dir fehlt noch die zündende Idee, wie du diesen gefalteten Geldschein in ein tolles Geschenk verwandeln kannst? Ich glaube, da können wir dir weiterhelfen. Weitere Infos dazu findest du unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann lass uns ein Like da. Abonniere unseren Kanal und drück auf die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Und Vorsicht! Bis zum nächsten Mal. 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 Da muss doch noch was dabei. Check die Beschreibung unter dem Video, um tolle Ideen zu erhalten, wie man so einen gefalteten Geldschein weiterverarbeiten kann. Ansonsten lass uns gerne ein Like und ein Abo da und falls du dich doch noch ein wenig inspirieren lassen möchtest, könnten diese Videos vielleicht interessant für dich sein. Auf jeden Fall wünschen wir dir viel Erfolg bei der Suche nach dem passenden Geschenk und sagen bis zum nächsten Mal.